Jean Baratte war ein französischer Fußballspieler und Trainer. Er gilt bis in die Gegenwart als populärster Spieler aus der Region um Lille und im Begriff des britischen Fußballstils, der in Nordfrankreichs Bergbau und Industrierevier bis in die 1960er Jahre hineingepflegt wurde. Spieler Karriere Geboren und aufgewachsen ist der Gastwirt Zone in einer Kleinstadt an der Stadtgrenze Lilles, bei dessen Traditionsverein ihres Klub er das Fußballspielen erlernte. Der Innenstürmer war noch keine 17, als die deutsche Wehrmacht Frankreich überfiel. Das Gebiet an der belgischen Grenze wurde, wie weite Teile des Landes, von den Deutschen besetzt. Und in dieser Region führten besonders strenge kriegsrechtliche Regelungen dazu, dass an einen geordneten Spielbetrieb zunächst nicht mehr zu denken war. 1941 fusionierte der deswegen in wirtschaftliche Schwierigkeiten Ger Athene ihres Klub mit dem Lokalrivalen Olympique. Und so gehörte Jean Baratte ab diesem Zeitpunkt zum Olympique ihres Klub Lillois. Dies bedeutete insoweit allerdings keine große Umstellung für ihn, als die Stadien der beiden Vereine nur 300 Meter voneinander entfernt lagen. Um Punkte durften die Vereine aus dem äußersten Norden bis 1942 aber weiterhin nicht spielen. Und im Landespokal scheiterte OICL regelmäßig bereits im Zonenfinale an den Lokalrivalen des SC Fivua oder den Nachbarstädtern von Racinglands. In der Saison 1943-44 spielten in ganz Frankreich statt der Vereine regionale Auswahlmannschaften in der wieder landesweiten Division 1 um die Meisterschaft. Und hier schloss Baratte mit seiner Equipe Federale Lille Flandre die Punktrunde als Tabellenzweiter ab. Erneut waren die nun als Equipe Federale. Lenzart war für mehreren den Rivalen um einen Deut erfolgreicher. Obwohl er mit René Bihel noch einen zweiten hochkarätigen Stürmer in seinen Reihen hatte. 1944 endete das Experiment mit den Auswahlmannschaften, aber es hatte dafür gesorgt, dass auch der andere Lille 1. Divisionär, der SC Fivua, aus wirtschaftlichen Gründen die Segel streichen und mit dem OICL fusionieren musste. Der neue Klub nannte sich Lille Olympique SC oder kurz LOSC. So trug Jean Baratte innerhalb von nur drei Jahren bereits das vierte Sporttrikot, ohne dafür ein einziges Mal den Verein wechseln zu müssen. Jean Baratte war eher klein, aber von kräftiger Statur enorm torgefährlich und ein unglaublicher Kämpfertyp, der keinen Ball verloren gab. Wobei ihm sein permanenter Siegeswille, seine hervorragende Kondition und seine absolut professionelle Einstellung zugute kamen, die ihm schon früh den Beinamen Kapitän Courageur eintrugen. Er war sich auch nicht zu schade, die ungewohnte Torwartposition einzunehmen, als der OSC-Stammkeeper sich im Pokalhalbfinale 1952 verletzte. Nach Kriegsende normalisierte sich der Spielbetrieb schnell wieder, und für Baratte, der Ende 1944 auch erstmals in die Nationalelf berufen worden war, reihte sich Erfolg an Erfolg. In der Saison 1945-46 wurde er mit seinem LOSC französischer Meister, wozu er 19 Tore beigesteuert hatte. Und nach einem 4-2-Endspiel-Sieg gegen Ried starb Paris auch Pokalsieger. 1946-47 entschädigten der erneute Pokalgewinn und 28 persönliche Ligatreffer für das etwas schwächere Abschneiden in der Meisterschaft. 1947-48 gewann der Sturm dankt die Torjägerkrone der Division 1, er konnte in 34 Spielen ein- und 30 Mal einnetzen. Wurde Wiesemeister und zum dritten Mal in Folge Pokalsieger, diesmal gelangen ihm auch zwei Treffer im Endspiel. Das Lille mit 3 zu 2 gegen den Erzrivalen aus Lenz gewann. In den nächsten vier Jahren musste der LOSC dreimal in Folge mit der Wietzenmeisterschaft 1951-52 gar nur mit Platz 3 vorlieb nehmen und erreichte auch im Pokal nur einmal das Endspiel, in dem Racing Paris mit 5 zu 2 dominierte. Gene Barathe allerdings wurde 1948-49 gemeinsam mit P.P. Humpal vom FC Soho erneut Torschützenkönig der Liga und war auch 1949-50 und 1950-51 sehr effektiv. 1951 stand er zudem im Endspiel um die Kuplatine, in dem Lille gegen den AC Mailand aber chancenlos war. 1951-52 allerdings machten ihm mit andere Strappe, dem denen Erik Kult Jensen und Gene Vincent erstmals seit vielen Jahren gleich drei jüngere Kronprinzen die Führerschaft im LOSC angriff. Ernsthaft streitig. Die Spielzeit 1952-53 bescherte Lille aber wenigstens wieder einen Titel. In der Liga nur vierter, gewann Gene Barathe mit seinem Verein zum vierten Mal den Pokal. Wenn gleich er persönlich beim 2 zu 1 gegen den FC Nancy erneut leer ausging, auf diesen letzten Triumph folgte allerdings sein bitterster Moment. Nach nur vier Spieltagen der anschließenden Saison, 1953-54 verkaufte ihn sein. OSC an den Zweitligisten A6, die Spieler hatten seiner Zeit auf. Solche Geschäfte praktisch keinerlei Einflussmöglichkeit. Und aus dem fernen Südfrankreich musste der abgeschobene Kapitän Courageux mit ansehen, wie der Verein für diese Undankbarkeit auch noch mit der Meisterschaft belohnt wurde. In diesem Sommer 1954 kehrte Barathe zwar in den Norden zurück, aber sein neuer Arbeitgeber war der Koro bei Sturkoing. Und der musste am Saisonende die höchste Spielklasse verlassen. Der inzwischen 33- und 30-Jährige spielte auch in der zweiten Liga noch ein Jahr für CORT, aber wie sehr er an LOSC hing, zeigte sich zwölf Monate später. 1956 nämlich wechselte Jean Barathe aus Rubais in die Nachbarstadt, zu Lille Olympique SC, das gerade in die D2 abgestiegen war. Auch mit Barathe's Hilfe gelang dem LOSC der sofortige Wiederaufstieg, sodass er dem Verein, bei dem er insgesamt 13 Jahre gespielt hatte, noch einmal von Nutzen war, als die Rückkehr ins fußballerische Oberhaus feststand, hängte Jean Barathe seine Stiefel an den Nagel. Stationen ihres Klub Lillois Olympique ihres Klub Lillois Equip Federale Lille Flandre Lille Olympique SC Association Sportive Ex-Oas Klub Olympique Rubais Sturkoing Lille Olympique SC Zwischen Dezember 1944 und November 1952 hat Jean Barathe 32 Spiele für die französische Nationalelf absolviert und auch auf internationaler Ebene 19 Treffer erzielt. In einem Dutzend Länderspielen führte er die Equipe Tricolore zudem als Mannschaftsführer auf das Spielfeld, darunter bei dem 2 zu 2 im Oktober 1951 im Wembley Stadion gegen England. Sein Professionalismus zeigte sich auch in diesem Kreis, als ihn der für die Aufstellung der Nationalmannschaft verantwortliche Selectioner Gaston Barrow am Vorabend eines Länderspiels 1949 halb scherzhaft auf sein Gewicht ansprach. Er schien Barathe zur folgenden Begegnung, 14 Tage später, mit 5 kg weniger auf den Rippen im Stadion und obwohl die Blöds in dieser Partie eine schwere Heimschlappe einstecken mussten, erhielt er, dem auch der Ehrentreffer gelungen war, als einziger Franzose anschließend gute Kritiken. Und als er im Oktober 1952 am Tag vor einem Länderspiel gegen die Bundesrepublik erfuhr, dass der Trainer an seiner Stelle einen Debutanten namens Koper aufzustellen beabsichtigte, soll Barathe in Tränen ausgebrochen sein. Der Trainer Barathe hatte bereits in der Rückrunde der Saison 1954-55. als Spielertrainer beim Koru bei Sturkoing erste, wenn gleich nicht von Erfolg gekrönte Erfahrungen mit seiner zukünftigen Rolle außerhalb des Rasens gesammelt. Ab Ende der 1950er Jahre trainierte er zunächst die Union sportiver armen Tieres anschließend den SK Röselare aus Belgien, wobei auch diese Station nur einen Katzensprung von seinem französischen Wohnort entfernt lag. In der Saison 1961-62 kehrte er erneut an seine alte Wirkungsstätte zu Lillo SC zurück, allerdings misslang der Mannschaft der Aufstieg in die Division 1. Daraufhin wechselte er erneut in Ausland. Diesmal nach Tunis, aber wie neun Jahre zuvor fühlte sich der Nordiste am Mittelmeer nicht wohl. Und es folgten weitere Engagements bei Clubs aus der unmittelbaren heimatlichen Umgebung, nämlich dem Racing-Club Lillois. Von 1966 bis 1968 der US-Turkoing, danach Racing-Arras, Sporting-Abbevil und Olympique-Marquas. In der höchsten Spielklasse war allerdings keiner dieser Vereine vertreten. Leben nach dem Fußball Barate führte anschließend ein kleines Hotel und ein Café-Restaurant, auch dies wie fast sein gesamtes Leben in der Region Nord-PAS-D-Kalle. Dort ist der Vater dreier Söhne erst 63-jährig, 1986 gestorben. Palmares Französischer Meister, 1946-1954 Französischer Pokalsieger, 1946-1947-1948-1953 Finalist der Ku-Platine, Torschützenkönig der Division 1, 1947-1948-1949-1948-1949-1949 Insgesamt 169 Erstligatreffer nach dem Zweiten Weltkrieg und damit auf Platz 12 der ewigen Torjägerliste. 32 Erländerspiele und 19 Tore Zerländerspiele 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 und 19 Tore